moin moin leute und herzlich willkommen zurück zu unserem nächsten let's play ja wir zocken gta 4 liebe leute ich habe mir gedacht jetzt wo die neue definitive edition raus ist von rockstar games mit gta 3 vice city und san andreas zocken wir mal das gute alte gta 4 von dem ist ja auch demnächst ein ja eine neuauflage geben soll soweit ich gehört habe aber wir spielen noch den alten titel ja kurze infos zu gta 4 2008 kam es raus wurde von rockstar north entwickelt und von rockstar games published und wir sehen auch hier schon es gibt noch die erweiterung episodes from liberty city ja die können wir dann natürlich auch noch spielen wir widmen uns aber natürlich erstmal der hauptstory es geht um nico bellig der kommt nach liberty city welches dem new york nachempfunden ist und ja sein cousin lockt ihn so ein bisschen und sagt hier ist alles toll hier ist alles schick komm bloß her und du kannst auch bei mir erstmal wohnen ja und nico belle kommt dann nach liberty city und ja wir schauen dann mal wie es dann wirklich aussieht ich würde sagen wir schauen rein ins spiel und ja ich freue mich natürlich wenn ihr zuschaut und natürlich und ich freue mich nicht die Dave is not coming! Ah, ignore him! Come on, we gotta get this thing ready before we dock! Let's go! Here, pass me that! Oh yeah! There she is! Liberty City! Yeah! You ever been? No. Crazy place, Nico! What you going to do? I might come back on board, or I might try to make a go of it. Like they say, it is the land of opportunity. I always wanted to make it big, on a nice place, get a dog, a house, live the dream! Like my cousin. Oh yeah? Yes, he's got the law. House, women, cars, parties. He writes me in these wild emails, and after I got into trouble, I thought maybe, uh... Then, I got this gig, and I spent the next seven months with you fine people, and I forget. After the war finished, I couldn't get a job. Nobody could. So I, uh, did some dumb things that involved with some idiots. Ah! We all do dumb things. That's what makes us human. Could be. One, two, three, three. Yes, mother! Yes, mother! Yes, mother! No one, mine! Woo! Good luck! Yes! Can we! Um出來, veterinarian,희! Ei. Entschuldigung. Ich kann nicht glauben, dass du hier bist! Willkommen zu Amerika! Bravo, Baratserou! Was? Schön, dass du, Mann! Was, du vergessen hast, unsere Sprache? Kapusi? Vielleicht ein bisschen. Ich bin hier zehn Jahre alt. Du kannst Englisch sprechen. Erinnerst du, die Englisch mit den Binks? Ein bisschen. Ich bin nicht so gut. Er wird gut. Better als mein Serbian. Ah! So gut zu sehen, dein Freund. Ich kann nicht glauben, dass du es geschafft hast. Scheiße. Ich muss dir sagen, ich hatte eine Nacht letzte Nacht. Zwei Frauen. Die Land der Opportunität. Ah! Ich habe es geschafft! Oh! Scheiße. Ich bin immer noch ein Fisch. Ein Fisch? Mein Cousin ist hier! Oh! Roman! Come on! Come on! Alex! Whatever, buddy. Just take over the world some place out there, all right? Yeah, buddy! Screw you! Screw you all! Come on, Mann! Mein Cousin ist hier! Niko Balik! He ist der fucking Mann! Bitches! Roman! Come on! Let's go! Uh, to the Mansion, huh? Yes! The Mansion! Ha! Haha! Maybe I should. Okay! Okay! Hey, is this a cab? Where is the sports car? Hey! He is in the shop! Come on! ja fahr mal nach hause ich würde sagen ich schalte mich mal ganz kurz dazu so leute da bin ich auch schon und ja wir starten das spiel roman unser kurs an abgeholt und ich bin hier im das ist bis ist I would stay in Broker. Fuck it, stay in Hof Beach. Everyone like us does. Nico, you ever had two women at once? Four big titties to be playing with? Mishra-sam-da-che-um-rati-i-o-ti-chi-or-raich-o-ve-che. Schon direkt ein Unfall gebaut. You should have come out earlier. Think of all the girls you've been missing out on. Our country has women too. Yes, but only locals. Here we have white, black, the Puerto Ricans and the Asians, Europeans on vacation, scared Canadians, bored housewives from the Midwest, every possible choice. This city is like a big Udermilken-Ice-cream shop. 36 flavors of Titi. Hof Beach is a little corner of Eastern Europe. Kako Shamantno. Hof Beach, next to the Ducks. Ja, ich möchte natürlich nicht dazwischen sabbeln. Und hier sind wir auch schon bei Romans Zuhause. Immigrantes, who make it very far from the boats, they come in on. This is the mansion? Hehe, just a temporary place. The mansion is coming, cousin. That's the dream. Follow me. Hahaha, come in, come in. Make yourself at home. What's mine is yours. Hehehehe. Kulturschock. A little bastard. If he paid some rent, I wouldn't care. Oh, shit. Oh, that's not nice. Oh, cousin. It's so good to see you. Hehehehe. 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 Oh, shit. Oh, I need to change anyway. Hehehehe. 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 So, you full of crap or what? What? Where's Luxury Condo? Where's Sportscar? Where's Barbara with big titties and Stephanie who sucks like a vacuum? What are you talking about? In your letters to my mother, in your letters to me, all I hear about is Mr. Big, Mr. Roman, living the American dream. Sportscars, condos, women, money, the beach, opportunity. I come here and the only thing big about your life is the cockroaches. That's right. I got the best cockroaches, I got the best turds. Screw you, you idiot. I am an idiot, but you must admit I have the best line in bullshit you ever heard. Yeah, this I know, asshole. But here. All I needed was one good guy. One good guy I could do well. Not take over the world, but do okay. Now maybe I have this. But what about you? What about you, cousin? What? What about me? Why you leave home after all this time? First I hear you are running with the wrong kind. Then I hear you joined the merchant navy. Now you're here. You never tell me anything. No. Now. What do you mean now? No, I never tell you anything. Another time. Ooh, mystery man. Traged exotic sailor. What happened? Did your captain make you pregnant? Screw you. No. No, no. It's nothing like that. The ships were fine. It was before that. Two things. You remember? During the war, we did some bad things. And bad things happened to us. War is where the young and stupid are tricked by the old and bitter into killing each other. I was very young. And very angry. Maybe that is no excuse. Roman? Roman! Are you sleeping, you fat fuck? No, go away. Come on! What's the time? Shit. I've got to get the cab back. It's on the shift. Ah! Oh, Jesus! Tastes like a rat shot in it! Roman! Nico! I've got to run. Come meet me at the cab office. It's easy. Out the door, turn left, then the first left at the diner, go down one block and turn right on Iroquois. Then walk all the way down and we're right there on the left on the corner of Cisco Street. It's really flesh. We've got lots of titties and some incredible motors. Nico, give me a hug. Good to have you here, cousin. I've got something for you. Oh, damn. Damn, damn, damn. Yes, Vlad. Sorry. Forgive me, okay? No, please don't cut my cock off. Okay, Vlad. Yes? Okay. Ich mag Roman. Der hat einen super Humor. Ja, das blinkende Symbol zeigt unser Apartment an. Hier können wir speichern. Und wenn wir schlafen gehen, vergehen im Spiel sechs Stunden. Genau, und wie gesagt, auf der Minimap mit dem R-Symbol sehen wir dann eine Mission, die die Hauptstory voran bringt. Triff dich mit Roman. Ja, wir können uns hier natürlich erstmal ein bisschen umschauen. Ja, ist wirklich keine schöne Wohnung. Muss man zugeben. So, Roman scheint aber eine Freundin oder Frau zu haben. Ah, hier haben wir auch einen Fernseher. Ja, schön, können wir ein bisschen Poker gucken. Gut, Leute, dann gehen wir mal raus, dann gehen wir mal zur Taxi-Zentrale. Ja, Roman hat da ein bisschen geflunkert, was sein Lebensstil angeht. Ja, jetzt am Anfang wird natürlich noch das Spiel ein bisschen erklärt. Unten links an der Minimap seht ihr den grünen Balken. Das ist unsere Lebensenergie. Der rechte Balken, der ist noch leer. Da werden wir später die Panzerung haben. Und wir können uns jetzt hier natürlich auch ein Auto stehlen. Aber Nico Bellic ist ja gerade hier angekommen und möchte ja sein Leben umkrempeln. Also keinen Blödsinn machen. Und da wollen wir ihn natürlich unterstützen. Ihr wisst ganz genau, dass es anders kommen wird. Aber wir machen das jetzt erstmal so. Ja, wir können natürlich über die Map dann auch noch schauen, dass wir hier eine Markierung machen. So, dann wissen wir auch, wo wir langen müssen. Okay, wird jetzt nicht angezeigt, weil wir zu Fuß sind. Aber wenn wir uns jetzt ins Auto setzen würden, würde das GPS quasi uns dorthin führen. So, und hier sind wir auch schon. Hier ist die Taxi Zentrale. Können wir auch von dem Eingang hier reingehen. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Also Wolfgang. So, jetzt geht's mit dem Eingang hierher. Also geht's mit dem Eingang hierher. Das ist ein Eingang. Das ist alles. Das ist alles. Du bist ein Fag! Shit! Jesus, Roman! Wie kann ich dich ernst nehmen? Sehr schwierig, ich denke. Hallo, Roman! Mallory, das ist meine Freundin, ich erzähle dir über Nico. Nico, das ist Mallory, die schönste Frau, ich erzähle dir. Nichts alles, was ich erzähle dir ist. Ich beten, dass es die meisten ist. Ich hoffe, du bist mehr vollständig, als dein Freund hier. Danke. Das ist die Frau, die ich will. Whatever du sagst. Ich dachte, du wirst mich verraten. Hey, Bart! Great! Du bist verrückt, Mann! Du solltest ein paar Pounds verlieren. Otherwise, diese schöne Frau ist zu verlieren. Nein, ich bin ein grosser Prick. Was soll ich tun? Ich will, Mann. Wir sprachen über das. Nein, wir sprachen nicht. Du sprach. Dann sagst du deine Frau aus den Batterien. Du tritt mich wie eine B****! Never! Ich tritt dich wie ein Idiot, nicht eine B****! Ich denke, das ist wahr. Die Frau aus der Frau liebt die Leute, mit einem lustigen Gefühl von Humor. Ho, ho! Ich rieche. Ich bekomme dir die Geld. Ich weiß. Und Roman, erzähl dir diesen B**** yokel hier. Wenn er nicht stopt auf mich, ich habe seine Hände geschlossen, und ein Film auf ihn auf die Internet. Outsch. Ja, I'm a woman. Steht so ein bisschen zwischen den Stühlen. Okay. So, mit F steigen wir ein. Standardmäßig natürlich. Könnte ich auch ändern. So, und da sehen wir das GPS wieder. Ja. 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 Aber das 보�en Dank sagst du? Ich bitte so ein Teil. Ja. Se게 ist doch ein Badem. I die Herrweiss haben sie krank, ihn so viel moodle Songs in seiner Tas Nico, warte mir hier, als ich in die Seite gehe, um zu klinieren. Shit, ich habe fast vergessen. Ich gebe dir mein alte Telefon. Mein neue Nummer ist da. Telefon mich, wenn ein Albanischer in einem schütten Beige Willard stehen. Das sind die Leute, die ich Geld verdienen. Du, du nicht schraubst. Ich weiß, was du bist, Nico Bellic. Okay, wer mit deinem Handy? So, wir sollen im Wagen sitzen bleiben und Ausschau halten nach den Kredithaien. Und wo man dann vorwarnt, wenn die kommen. Ja, wir können es hier natürlich ein bisschen umsehen. Sieht aber alles soweit sicher aus. Aber wer weiß, wie lange. So, Roman ruft an. Okay, wir warten noch ein bisschen. Dass die Luft hier rein bleibt. Kommt ein Taxi. Ist aber nicht weiter schlimm. Das könnten sie sein, oder? Okay, wir rufen ihn mal an. Okay, er ist hinten raus. Gott sei Dank. Oh, ich glaube, die verfolgen uns. Wir fahren zurück zum Taxi-Unternehmen. Und versuchen die natürlich abzuhängen. Oh, ich glaube, wir haben nichts gemacht. Viel Polizei auf den Straßen, ne? Wir brauchen uns nicht mehr. Wir werden uns mit dem auf den Straßen weggelegen. Wir müssen uns auf dem. Nico, du bist neu. Also, Roman scheint wirklich in Schwierigkeiten zu stecken. Premium Handy. Wahrscheinlich ein altes Nokia. Okay, Leute. Das war die erste Mission und ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, schaltet gerne wieder ein. Bis dahin, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020